yo leute herzlich willkommen zu einer frischen folge im morgen aus heute mit der ersten folge mit mein freund mohammed sag mal hallo hallo ja da geht er ab los all das go als wenn ich jetzt wieder gleich imposter wäre das wird so nice sein ich bin freemate jetzt go leute er habe ich die mein freund glaubt mir irgendwie immer nicht dass ich kümel bin und deswegen zeige ich ihnen das noch mal auf spree aus auf die gar nicht mehr reden was wird die los dann zeige ich das also ich zeige ihnen das dann noch mal natürlich auf die er wird getötet ja er muss noch ein bisschen lernen zu reden ja ich laber nix da war gar nix junge was ist mit dir los ich bin doch nicht mal drin was wird hier los ja sag ich guck ja leute leute geht auf seinen stream raus es ist immer einfach nur ehrenlos junge was ehrenloser bist du ich sag dir jetzt code w t y wie jones c q q w t w t ich sag doch ob du wirklich strengen machst junge ich mach strengen er glaubt mir gar nichts ich geh raus ich gehe raus ja nein ey komm ich sag dir jetzt den PIN komm komm endlich rein Digga P. P. S. T. P. P. Z. Wie Zahn. G. Hab ich. Z. Wie Zahn. Er ist arabisch. Er ist schlecht. M. Q. Ich hab dich gehört. Ich bin wieder rausgekickt worden. Was ehrenlose Menschen. Warte, ich sag dir Code wieder. Warte, B, B, B. Es beginnt mit B. Es beginnt mit B. B. B, K. Hab ich. G. Hab ich. N, N. N, N. Zweimal N. Und F. Das war's. Was? F. Leute. Ein F. Hab ich. Fertig. Leute, der ist ein bisschen dumm. Äh, ich wollte raus. Vielleicht bin ich ohne. Ja, Leute. Du hast viel raus, Digga. Er ist einfach nicht ehrenlos. Guck mal, er hat so eine fette Nase. Was ist mit ihm los? Er ist voll ehrenlos. Er macht keinen YouTube. Guck mal, wie los der ist. Er kann nicht mal YouTube machen. Ja, ich zeig mal YouTube, ich möchte. Nö, Digga. Ich zeig dir nicht, weil du so ehrenlos bist. Ey, komm, Mohamed. Mohamed. Ich weiß vieler als Ehrenmann. Junge, Mohamed, komm. B. Warte. Hab ich. K. Alles groß, alles groß, gell. Hab ich. Alles groß. G. B, K, G. Hab ich. N. Hab ich. N. Hab ich. F. Hab ich. Fertig. Fertig. Ja, sag doch, wie man YouTube macht. Wo bist du? Es geht nicht. B. B. Ja, B. K. G. N. N. B, K, G, N, N, F. B. B. Warte mal, guck mal, Moment. B, K, G. Also ein P, danach ein K, wie Katze, dann ein G, wie Giraffe. Warte, also du hast ein P, G, P, K, G. Nein, erst ein B. Ein B. Okay. Ein B. Hast du ein B? Ja. Ein K. Hab ich. Ein G. Hab ich. Ein N. Hab ich. Ein N. Hab ich. F. S. F. Wie Fisch. Also wie Sessel. Nein, wie Fisch. Fisch. Ja, wie Fisch. Das Fisch. Hab ich. Fertig. Bin drinne. Let's go. Da ist er, er heißt Brox, weil er ist voll Nachmacher, denn er macht voll so, er macht so ein YouTuber nach. Leute, ja, Leute, die gerade die Schreien gucken, glaubt ihr nicht, glaubt ihr nicht, er ist einfach nicht irren. Er will einfach, dass er, dass er der Beste ist, um zu dir. Nun, was ist ehrenlos, du redest, du laberst, laber, 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 laber weiter, Mohammed, laber weiter. Nein, laber du weiter. Ah ja, Leute, und wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo da und ein Like und folgt die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Ja, Leute. Ich bin Odomann. Ja. Ich mach O-Vidoff. Nein, Digga, er macht keine Videos. Er, ähm. Er, ähm. Er hat. Er weiß nicht mal, er weiß nicht mal, mit welcher App man Videos machen kann, so lost ist der. Der ist so lost. Der ist zu lost. Was? Der ist zu lost, um das herauszufinden. Er ist einfach zu lost. Ich glaub so lost. Junge, was redet laber, laber, weiter. Laba, laber, 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 laber. Geh aus dem Türen raus. Was? Aus dem Scream raus. Wieso gehst du aus dem Scream raus? Du bist zu dumm. Digga, zeig doch den Scream, wie ich, wie, wie, wie ich aussehe. Ich seh grad auf mein Konto. Nein, du siehst, du siehst scheiße aus. Ja, guck mal, ey, guck mal, jetzt geh ich nicht aus, weil du sowas zu mir gesagt hast. Nein, Junge, geh nicht raus. Das hat so lang gedauert. Junge, das war nur leichte Spaß, du. Du rast es gleich so aus, du. Leute, er lügt. Junge, weißt du, wie lügt er ist? Er lügt immer. Er lügt immer, Leute. In der Schule auch. Er lügt einfach immer. Er verteidigt, weil er eine Ausrede hat. Mohammed, sag was dazu. Ich sage dazu, dass du fettigst. Guck, guck, wie dumm er ist. Guck, guckt an, Leute. 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 Er ist ein bisschen dumm. Ich habe es gehört. Er ist ein bisschen dumm. Ich habe es gehört. Was habe ich denn gesagt, du Dummi? Er hat gesagt, du hast gesagt, echt dumm, dumm, dumm. Gar nicht wahr. Junge, startet. Mann, bitte. Ey, bitte sag, ich brauche. Ich muss Imposter sein für das Video. Ich bin Crewmate. Ey, Leute, wenn wir übrigens die 100 Like schaffen, dann mache ich das neue, krasseste Video auf meinem Kanal. Da gibt es jetzt so krasse Sachen. Wieso drücken die gleich immer einen Merchensy-Button? Also, wenn wir die 100 erreichen, das wird krass sein. Wir verlosen, ähm, was? So ein kleines Ding. Das wird ihr dann schon sehen, wenn ihr gewonnen habt. Aber ihr müsst halt einen fetten Abo dalassen dann. Ah, ah, ah. Wird ja was. Wir haben ja auch so da. Dinger, ich will gerade das Video. Ticka, ich gucke. Ich gucke, ob du plötzlich aufzuhören. Ob du wirklich guckst. Man sieht es nach ganz. Nein, nein. Also, nicht mit dir. Nein, nein. Junge, was ist ehrenlos? Ich mache Videos. Guck doch. Ich vote dich jetzt. Ich vote dich. Ja, ich gucke, ob du willst du was. Ich gucke doch. Wie heißt du? Warte, ich zeig's dir, Mohamed. Geh mal raus, ich zeig's dir auf YouTube. Warte, Julian. Ey, Leute, das war's mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.